Teil 32 Draco hatte sich geweigert. Er hatte Zicken gemacht, Harry die Hölle auf Erden gewünscht, ihm gesagt, dass er auf der Stelle nach Hause flohen würde, aber das hatte Harry irgendwie unterlaufen. Der Held war ihm auf einmal viel zu nahe gekommen und hatte ihn mit diesen verdammten grünen Augen angesehen, bis Draco nachgegeben hatte, aber nur unter der Voraussetzung, dass er das Lokal für das Abendessen aussuchen durfte. Und jetzt saß Draco Malfoy auf einem Metallstuhl, umringt von Muggeljugendlichen vor einem roten Tablett und musterte die Pommes, die Cola und den Burger vor sich. Er würde sich hier drin sicher die Pest holen. Oder einen verdorbenen Magen. Oder die Pest. Oder eine Lebensmittelvergiftung. Oder die Pest. Wer weiß, in welchem Restaurant er ist. Das möchte man sich irgendwie nicht vorstellen. Hör auf, dein Burger anzustehen. Du machst ihm Angst. Er kann nichts dafür, dass du jetzt hier drin bist. Und jetzt probiere ihn, bevor er kalt wird. Draco sah Harry zu, wie er seinen auspackte und dann hineinbiss. Die Soße tropfte auf die Verpackung und ein grünes irgendwas fiel hinterher. Messer und Gabel wagte Draco leise anzumerken. Nimm deine Finger, steck die Burger dazwischen und beiß rein. Ich glaube, mir wird schlecht. Verkündete Draco schwach und öffnete dann langsam und vorsichtig die Verpackung um das Brötchen mit dem platten Fleisch darauf. Misstrauisch beäugte er die Konstruktion, schwor sich, dass er sich nie wieder von diesen grünen Augen überreden lassen würde, nahm den Burger langsam und vorsichtig, dass er nicht auseinanderfiel und weil Draco den Eindruck hatte, gleich in Flammen aufzugehen. Er löste langsam seine Zähne, welche er fest zusammengepresst hatte, sah, dass Harry aufgehört hatte, in sein Muggelding zu beißen und ihn beobachtete und bis hinein. Es war widerlich. Es war das widerlichste, das er jemals gegessen hatte. Absolut abscheulich, grausam. So schrecklich, dass er gleich nochmal reinbiss und sich das Fastfoodzeug auf der Zunge zergehen ließ. Der Burger und die Pommes waren ja schon abartig, aber die Cola, das Blubber, das Blubberwasser war grausam. Hallo Fossi! So grausam, dass er Lacey ab jetzt auch so etwas kaufen schicken musste. Vor allem nachdem Harry ihm erklärt hatte, dass es Koffein enthielt. Süßer Kaffee mit Blubber darin. Muggel konnten auf keinem Besen fliegen, aber sie hatten es geschafft, Kaffee kalt werden zu lassen, gesüßt und dann Blubber reinzupumpen. Muss man sich mal vorstellen, dass es in der Magierwelt keinen Cola gibt. Schmeckt's? fragte Harry, als er sich seine Finger an der Serviette abwischte. Es geht. Sollen wir es geht morgen nochmal aufsuchen? neckte Harry ihn gut, neckte Harry ihn gut gelaunt, streckte seine Hand zu Dracos, welche, 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 welche dieser aber wegzog, welche dieser aber wegzog, als er sah, dass Harry ihn berühren wollte. Draco blickte Harry mit dem kaltesten Blick an, welchen er aufbringen konnte, aber Harry begann nur zu lachen. Ich würde jetzt vor deinem Todesserblick Angst haben, wenn du nicht am, wenn du nicht am Mundwinkel ein wenig Ketchup hängen hättest. Sofort wischte sich, sofort wischte sich Harry, nein, sofort wischte Draco sich nur die Hände, sondern auch den Mund sauber. Das war nicht mein Todesserblick. Das war mein Slytherin, ihr seid alles Madenblick. Okay, interessanter Blick. Harry hob die Hände und lehnte sich zurück. Tut mir leid, ich werde in Zukunft versuchen, den Unterschied zu bemerken. Als sie die Tablettes zu einem kleinen Wagen brachten, murlte Draco ein wenig über die kleinen dummen Muggel, welche es nicht schafften, die Tablettes mit Zauber abzuräumen. Aber er verfiel in Schweigen, als ihm klar wurde, dass sie gerade, dass sie gerade beide über Dracos ziemlich üble, über Dracos ziemlich üble Vergangenheit gelacht hatten und keiner von ihnen, besonders Draco nicht, zusammengeschränkt war. Sie waren, nachdem sie einige Zeit durch Paris geschlendert waren, meist schweigend und jeder in seinen eigenen Gedanken versunken, wieder in der Straße angekommen, in welcher die Zauberergeschäfte waren. Zusammen, ohne sich abgesprochen zu haben, traten sie an den Quidditch-Laden und blieben Seite an Seite in der Menschenmasse stehen. Ein Verkäufer stand auf seinem kleinen Podest und sprach gestikulierend, und gestikulierend, das ist auch so ein Hasswort von mir, und sprach gestikulierend in die Menge. Ah, das ging ja. Schon gut, unterbrach Draco Harry, als dieser Draco neugierig betrachtete. Deine Bildung ist wirklich mangelhaft, ehrlich gesagt. Verstehe ich das jetzt, bei deinen Muggelverwandten. Aber dass du nicht mal Französisch sprichst, ist ein Frevel. Gott, ich hoffe, jetzt kommt kein Französisch. Weil ich kann kein Französisch. Ich kann kein Französisch. Okay, nein, ich glaube nicht. Draco schnaubte. Harry antwortete ihm mit dem gleichen Schnauben und Draco übersetzte. Gott sei Dank. Eigentlich sagt er nur, dass er die neuesten Rennbesen hätte und man ihn testen kann. Im Laden brennt der Kamin und da steht eine Verbindung zu einem Quidditch-Platz, auf welchen man ihn testen kann. Ey! Harry schien genug gehört zu haben, denn er packte Draco am Arm und zerrte ihn ungeduldig in den Laden. Der neue Besen soll der Wahnsinn sein. Super leicht, noch schneller. Und zudem soll er einen eingebauten Zauber haben, mit welchem er wie von selbst fliegt. Autopilot bei Besen. Geil. Während Harry begeistert erzählte, stolperten sie durch den Kamin und landeten auf einem verschneiten Quidditch-Feld. Einige andere Zauberer waren da, tranken aus den dampfenden Kassen anstatt Tassen und beobachteten die schwarzen Punkte am Himmel, welche die neuen Besen testeten. Ich weiß. Unterbracht Draco Harry und riss ihn den Arm weg. Ich hab ihn schon. Verdutzt wandte Harry sich ihm zu. Wirklich? Und wie fliegt er sich? Was sollte Draco sagen? Modell S? Ich hab keine Ahnung von den Modellen. Dass er verpackt mit den anderen Besen, die er sich in den letzten drei Jahren gekauft hatte, in einem Schrank lag und der ihn niemals fliegen würde? Gut. Die letzten zwei waren wegen des Quidditch-Spiels bei den Reese's ausgepackt. Tesla-Modell S? Ah, das ist ein cooles Modell. Aber der Neue lag in der gleichen Verpackung, in welcher er gekommen war, auf den anderen. Dass er das Spiel und das Fliegen genauso heiß und innig liebte wie Harry, aber er niemanden hatte, mit dem er es spielen konnte, das wäre erbärmlich. Ähm, ich glaub, das sagt Draco. Der Absatz ist danach, gibt's auch irgendwie diesen Aufschluss, aber okay. Hast du dich mal umgesehen? Das weiße Zeug, das da auf dem Boden liegt, ist Schnee. Ergo, ist es Winter, bei Merlin. Ich fliege doch nicht im eisigen Winter einige Bahnen. Nur, dass ich dann erfroren vom Besen falle. Du kannst das machen. Den Dummen ist schließlich nie kalt. Harry knifft die Augen zusammen und Draco fragte sich, ob Harry mehr wusste, als er zu gab. Bei Gelegenheit würde er noch mal fragen, ob Harry wirklich nicht seine Akte gelesen hatte. Nachdem sie an der Haie waren und Dracos zehn kleine Eisklumpen waren, hatte der Mann, welcher die Besen verteilte, Harry doch wirklich erkannt. Augenblicklich hatte Draco seine Maske über... Nicht die Maske... Nein, nicht die Maske. Draco hat keine Maske dabei. Augenblicklich hatte Draco seine Kapuze übergezogen und wollte sich aus dem Staub machen. Aber Harrys Hand an seinem Ellbogen ließ ihn nicht los. Er zehrte unwillig, worauf Harry ihn nur noch fester festhielt. Er schüttelte Hände, lächelte in zwei Kameras, welche aus dem Nichts zu kommen schienen. Aber er ließ Harry nicht los. Draco spielt auf das dritte Jahr an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017